Wahrscheinlich wieder so eine halbe Mission, die wir hier starten. Ihr da, ihr seht aus, als hättet ihr eine ziemlich hohe Meinung von euch selbst. Aber ich halte euch für einen erbärmlichen Jammerlappen. Was haltet ihr davon, Eichhack? Ja, deine Meinung ist mir eigentlich scheißegal, aber du kannst gerne die Faust in dein Gesicht kriegen. Der Streitsüchtige. Dieser überhebliche Mann hat Ezio zum Duell herausgefordert. Aber zeigen sie ihm die wahre Bedeutung des Wortes Demütigung. Och Gott, jetzt geht's los. Du mit deinen falschen Brusthaaren, komm her. Du bist doch kein Mann. Okay, treten wir müssen mal den. Riecht schön in die Eier rein. Eiersalat. Der Eiersalat, Fuß, Krampf. Warum seid ihr so laut mit den Rumjubeln? Und belästigt niemanden mehr. Sammeln sie ihre Belohnung ein, ja, welche denn? Überraschungsangreifen. Ist das euer Ernst? Ihr seid drauf reingefallen, alter Mann. Okay, der will noch mehr Eiersalat. Komm her, komm her. Gibt's ja. Naja. Also man, man muss sie halt treten, damit die mal so ein bisschen wieder so gebückt sind. Wie er schämt euch nicht noch mehr. So sammeln sie die Belohnung ein. Ja, welche denn jetzt hier? Sie melden ihre Belohnung ein. Achso, wir haben noch nicht genug. Wir müssen jedes Mal zu den Kunden und irgendwie... Will der jedes Mal kämpfen, vielleicht müssen wir schnell die Belohnung holen. Ach, komm her jetzt, ja. Das ist ja nervig. So, jetzt reicht's auch wirklich. Alle guten Dinge sind reif. Den, den wir jetzt gerade die Eier zertreten haben, haben wir jetzt als Assassin. Cool. Das ist echt geil. Naja, gut. Er braucht ja nicht, ne. Bei uns ist es ja, kommt's ja nur auf Hinterlistigkeit. Also hast du ein Glück, mein Freund. So, ähm, achso, ja. Wir müssen ja nochmal mit den Reden hier. Ach nee, das war's auch schon. Oh, der Streitsüchtige. 100%. Chuck. Durch.